Alter, jetzt müsst ihr euch verarschen. Dann sag, fuck mich, Crake, ich darf nicht. Let's see how you like dealing with me. No, 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 no. Quit it, quit it, quit it. Stop. 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 1. 2. 2. 3. 4. 5. 5. 5. 5. 6. 10. 10. 10. 11. 12. 11. 23. 22. 23. Ich dachte ich schaffe das mit den beiden Kühen, aber egal, also habe ich nur eine von den zwei möglichen Kühen erledigt. Die Kühen erledigt. Die Kühen erledigt. Die Kühen erledigt. Sie werden alle von South Park nukieren. Ein Snook? Sie haben keine Ahnung. Sie haben die Snook hier gelegt. Wer hat das? Wer diese Leute sagen, dass sie Taco Bell sein sollen. Wir sollten uns wissen. Wir sollten uns wissen, dass Taco Bell ist viel zu kompassioniert und kümmern, um so zu sein. Die Qualität ihrer Charakter, wie die Qualität ihrer Essen, sollte sie niemals kommen. Dad, wo ist die Frau mit der Snook? Sie sind nicht in eine Frau. Sie sind in eine Frau. Sie sind in eine Frau. Sie sind in eine Frau. Oh, Jesus Christ, how long do I have? We don't know, Mr. Slave, but it could be a matter of minutes. Well, what are you waiting for? Pull it out! No! We can't just pull it out! Snooks have triggers on them! We have to abort it! From inside! Oh, come on, who knows how to do abortions and can get really, really small? Yeah. Hmm, who? Who could possibly be able to make themselves tiny and know something about abortions? Hmm, hmm, let's see. Who could there be? Hmm. Hmm, who could there be? I don't think. There's got to be someone! Oh. Oops. Die Scheiße. Ja, das war... Das war das Ende von South Park. Das Ding auf Truss. Ja, wir konnten die Stadt nicht retten. Tja, ich freue mich schon auf die zweite. heute war's. Da könntest du eh sein. Vielleicht ich, eh? Jetzt sind alle tot. Verarscht! Es geht noch weiter. Achso, scheiße. Wo darf man denn nicht? Ich wollte mich erst mal umgucken, bevor ich... Okay. Ich hasse euch. Der Typ ist einfach nur widerlich. Der Typ ist einfach nur widerlich. Der Rode ahead ist full of danger and fright. Aber push onward, new kid, mit all of your might. Dude, das ist gross. New kid, new kid, new kid. Screw you guys, I'm beating the shit out of you. Ah. So, was kann der alles. Magic, let's go! I'll make you hit your parents. Do you have any snacks? Do you want some of this? This shall be a day for all to remember. Karten hat's drauf. Alter, was hat der alles nicht in seinem... Also, was hat der nicht in seinem Arschsteck, der Typ, ey? Maybe someone with some water can help. Äh, wer... ...hat denn Wasser von meinen Leuten? Dude, are we really gonna go up to sleep? Your word is the command, my lord. Wie hat der denn Wasser? Sparky! Tierboy! Achso, der Hund! Ja, da muss ich erstmal draufkommen, ne? Was da... Ich weiß, was soll ich jetzt wissen, ne? Well, here's the first time, ein wenig. Ben, der Hund! Ich weiß, was soll ich mal dran sein. Oh! 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 Da saßt du was Da hat die Puppe die ganze Zeit in seinem Arsch gehabt Mr. Zylinder unterlebt noch halbwegs Oh, ich bin in der Pyjama Party bei Bibis Haus nächstes Wochenende eingeladen Krass Glückwunsch Neuer-Chan Du hast gesammelt alle Jin Pokémon Du hast ein großer amerikanischer Penis Japanischer Penis sehr klein Ja Ist klar Ok Weil ich Stark im Bedrängnis bin Oh 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 raus raus schnell eigentlich ist es sogar stärker ne da nicht es ist da nicht stärker sorry hab ich mich verguckt bad battery connection maybe okay that should do it let's turn it on vergesst nicht dass weihnachten vor der tür steht ich bitte den weihnachtsmann um einen neuen mann der nicht schlaff wird wenn es ein fremd schmutziges schweinerein der z schatz wir haben darüber geredet du hast wirklich kranke sache gesagt zumindest ruhig es verfickt nochmal ich bin die einzige die irgendwas versucht jetzt hier wird echt ein paar probleme ich bin der spadoprince like you i was once used for pleasure as an anal plaything and thus perished in this place now you must defeat my angry spirit in order to move forward i know i don't really sound that angry but trust me i am oh god here we go again come on we've got this Schönen Tag. Schönen Dengst verknüpft. Du Lebe! Ich war's weg. Mein Unlebe! Mein Gott! Hey, what the hell are you doing? Hey, what the hell are you doing? Ah! Hey! So, mal, das ist nochmal. So, boy. Flammerwings, flammerwings, flammerwings. Was willst du denn noch machen? Ich hab doch... Ich hab ge... Ich hab jetzt zurück... Bin ich zurück? Ich hab... Ich hab... Ich hab jetzt grad B gedrückt. Es war eigentlich... Aber hä? Ich hab jetzt grad B gedrückt. Es war eigentlich... Aber hä? spicy KICK THE BABY! DON'T KICK THE GOD dies Southadower! Hey Hei... Oh Ah 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 Now the Jervil King The adventure to go on Lie away to far away lands Into the setting Hey There's still so many enemies And battles yet to fight While Lemiwings the Jervil King Hold another night Kaya Levy Wings Levy Wings Levy Wings Levy Wings Well done, Snook Kid I forgot to mention that the Refleks You have proven yourself in combat young anal plaything You may journey forth find the Snooks trigger and save the outside world Fare thee met and fare thee well Kaya Kaya Nun ist unser Held im wahrsten Sinne des Wortes im Arsch Wird er es schaffen den Sprengstoff zu entschärfen und lebendig aus Mr. Slave zurück zu kommen Welche Gefahren werden ihm bei diesem Vorhaben noch auflauern Das und vieles mehr seht ihr vielleicht in der nächsten Folge von South Park The Stick of Truth Falls euch diese Folge gefallen hat schreibt es doch bitte in die Kommentare oder liked das Video Lasst es bleiben falls nicht oder schreibt vernünftige Kritik Lange Rede kurzer Sinn Wir sehen uns hoffentlich im nächsten Video Machts gut lesbги Schöne Schöne